Herzlich Willkommen bei Bye Bye Cellulite. Sie wollen Ihre Cellulite loswerden? Weg damit! Das ist Ihre Lösung, Bye Bye Cellulite. Und was eine Erdbeere damit zu tun hat, das verraten wir Ihnen später. Sagen Sie Ihrer Cellulite Bye Bye mit Bye Bye Cellulite. Was Sie hier sehen, ist ein phänomenales Powerpaket mit hochwirksamen Substanzen. Bye Bye Cellulite enthält einzigartige pflanzliche Rohstoffe mit 6-fach Wirkung, die das Aussehen von Cellulite rasch und nachhaltig verbessern können. Durch das Zusammenspiel der hochkonzentrierten Wirkstoffe werden die Dellen sichtbar ausgeglichen und geglättet. Und das Beste ist, die volle Kraft von Bye Bye Cellulite beginnt direkt nach dem ersten Auftragen. Bye Bye Cellulite verbessert die Durchblutung, glättet die Haut und harmonisiert das Hautbild, pflegt und festigt die Haut und verbessert das Erscheinungsbild von Cellulite dauerhaft. Erleben Sie Ihren Vorher-Nachher-Wow-Effekt mit Bye Bye Cellulite. Heute bei uns im Studio zu Gast der Mann, der eine Lösung gefunden hat für ein Problem, das 90 Prozent aller Frauen weltweit haben. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Jürgen Juchheim. Ja, grüß Gott. Herr Dr. Juchheim, Sie sind seit 35 Jahren Arzt in München. Sie haben 15 Jahre lang eine eigene Praxis, eine Schönheitspraxis gehabt. Sie sind Fachbuchautor, Sie sind Immunologe. Wie kam es dazu, Bye Bye Cellulite? Wir wurden in der Klinik, in der Praxis immer wieder von Patientinnen gefragt, was können wir gegen unsere Cellulite machen? Wir finden nichts auf dem Markt, wir finden nichts, was wirksam ist. Und so haben wir uns daran gemacht, die Bye Bye Cellulite zu entwickeln. Es ist eine ganz spezielle Wirkformel, auf die wir nach einigen Jahren Entwicklungsarbeit gestoßen sind, die diese Wirkung entfaltet, sowohl die rasche Sofortwirkung als auch den Langzeiteffekt, dass sich eben das Erscheinungsbild von Cellulite deutlich sichtbar verbessert. Jetzt verraten Sie mir doch bitte, wir beide haben uns vorhin über Erdbeeren unterhalten. Was hat denn bitte eine so wunderschöne Erdbeere, die so toll duftet und die so lecker ist, was hat die denn mit Bye Bye Cellulite zu tun? Einer der Hauptwirkstoffe in der Bye Bye Cellulite ist das Physetin. Und das Physetin wird aus Erdbeeren gewonnen. Es ist ein starker Fettburner, es verkleinert die Fettzellen, dadurch verbessert sich das Aussehen von Cellulite rasch. Das heißt mit anderen Worten, unsere Cellulite sieht ja ähnlich aus wie bei der Orange, deshalb nennen wir sie auch Orangenhaut. Und wenn ich jetzt Bye Bye Cellulite regelmäßig anwende, dann sieht es nachher so aus wie bei unserem wunderschönen Apfel. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Die Haut wird gestrafft auch, die Dellen werden sichtbar reduziert, die Haut wird ebenmäßig und glatt und das Hautbild wird sehr schön. Jetzt verraten Sie uns doch mal ein bisschen was zu den Inhaltsstoffen bitte. Ja, Bye Bye Cellulite enthält rein pflanzliche, natürliche Wirkstoffe, ohne Parabene, ohne Paraffine. Es werden keine Tierversuche unternommen. Das hört sich ja fantastisch an. Und was würden Sie jetzt den Kundinnen empfehlen, wie sollen sie es anwenden? Ja, die sollen es beginnen mit einer geringeren Menge von Bye Bye Cellulite und können dann mit der Dauer der Anwendung die Menge von Bye Bye Cellulite steigern, weil die Wirkung ist am Anfang schon sehr stark. Es kommt zur Hautrötung, es kommt zum leichten Kribbeln, was mit der Durchblutungsförderung zu tun hat. Und nach 90 Tagen ist dann die maximale Wirkung erreicht und dann genügt es an der Haltungsdosis ein- bis dreimal in der Woche zu cremen. Das heißt, Sie haben uns auch wunderschöne Bilder mitgebracht. Zum Beispiel vorher, nachher Bilder von einem Bein. Ja, also das zeigt hier die Beine einer Patientin, die sehr unglücklich mit ihren Beinen war. Sie hat geradezu ihre Beine gehasst, sie konnte keinen kurzen Rock anziehen. Und sie war jetzt ganz froh, dass sie dann auf Bye Bye Cellulite gestoßen ist und dann hier nach der Anwendung doch einen sehr raschen, guten Erfolg, wie wir hier sehen, bewirkt hat. Fantastische Ergebnisse. Herzlichen Dank, Herr Dr. Juchan, dass Sie heute bei uns waren. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Sehr gerne. Und jetzt schauen wir uns an, was begeisterte Anwenderinnen sagen. Ich bin Linda Gottmeyer, 46 Jahre alt und habe seit über 25 Jahren Probleme mit Cellulite. Da empfiehlt mir eine bekannte Bye Bye Cellulite. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Ich denke, das kann gar nicht sein, so ein schneller Effekt nach einer Pflegeserie. Und habe gedacht, also wenn das funktioniert, das wäre der Ober-Ober-Knaller. Ja, jetzt habe ich es ausprobiert. 14 Tage später bekam ich den Schock meines Lebens. Denn ich bekomme einen komplett neuen Körper. Ich mache eine Zeitreise rückwärts. Wahnsinn! Ich habe noch nie ein Anti-Cellulit-Produkt kennengelernt, was in kürzester Zeit so tolle Ergebnisse erzielt. Man kann regelrecht zusehen, wie aus einer faltigen Haut eine schöne, prahle, jugendliche Haut zu forschen kommt. Daraufhin habe ich es meiner besten Freundin erzählt, die zufälligerweise vier Wochen später in den Türkei-Urlaub fliegen wollte. Sie hat voller Begeisterung gekremt diese vier Wochen, bevor sie in den Urlaub gefahren ist und konnte das erste Mal in ihrem Leben ihre Beine in die Freiheit entlassen. Im Sommerurlaub. Sie war total begeistert und nicht nur sie, ich sowieso und auch alle anderen Freunde und Bekannten. Also ich war nach 14 Tagen dermaßen begeistert, dass ich einfach shoppen gegangen bin, um endlich wieder Bein zu zeigen. Es ist heute immer noch der Ober-Wahnsinn, was ich erleben darf mit Dr. Juchheim bei Bacellulite und ich sage danke, danke, danke. Meine Kundinnen sind genauso begeistert wie ich und erzielen in sehr kurzer Zeit deutliche Verbesserung. Ich kann kurze Röcke anziehen und bin total happy damit und freue mich wirklich jeden Tag darüber. Einfach der Wahnsinn. Ich bin begeistert und schaue mich gerne wieder im Spiegel an. In nur zweieinhalb Monaten sind durch Cremen meine Arme, mein Bauch und meine Beine ansehnlich und ästhetisch geworden, sodass ich wieder kurzämtige Blusen und Bikini tragen kann. Ich bin total begeistert. Danke, Dr. Juchheim. Ergebnisse, die einen einfach nur umhauen. Doch jetzt wollen wir noch ein kleines bisschen mehr in die Tiese gehen. Und mein Gast ist heute Anna Klos aus Mannheim, Unternehmerin und Mutter von zwei ganz entzückenden Kindern. Danke, Gabriele. Vielen Dank. Wie war es das erste Mal mit Bye Bye Cellulite? Was soll ich dazu sagen? Ich war absolut perplex und total überrascht, dass es tatsächlich funktioniert. Ich kenne bisher kein einziges Produkt, das tut, was es verspricht. Und hier trage ich etwas auf und ich sehe glatte Beine. Also ich war absolut überrascht, positiv überrascht und ich freue mich sehr, jeden Tag die neuen Ergebnisse zu sehen. Fantastisch, das freut mich. Und wie sieht es aus? Wie spürt man das? Was spürt man da, wenn man es aufträgt? Das Beste ist, dass man überhaupt etwas spürt. Das ist ja schon ein super Erlebnis. Ich muss sagen, die Haut kribbelt, die Haut wird fester, das wird straffer. Man sieht auch im Spiegel ganz neue Silhouette und das sehr, sehr schnell. Also man muss ja nicht mal monatelang cremen und hoffen, sondern man cremt, guckt sich an und findet es einfach toll. Und wie lange müssen wir das jetzt anwenden, damit das Ergebnis auch so bleibt? Damit es so bleibt, sollte man das 90 Tage anwenden bzw. nach Beschaffenheit der Haut vorher. Und nach 90 Tagen reicht es tatsächlich, wenn man es auch nur zweimal die Woche cremt. Und dann bleibt das Ergebnis? Auf jeden Fall. Was für ein Gefühl muss das sein? Wie sieht es denn jetzt aus mit Ihren Kundinnen? Was haben die denn dazu gesagt? Meine Kundinnen haben genau das gleiche, wie ich am Anfang auch gesagt, bleibt mir bloß fern, das funktioniert doch alles nicht. Es gibt doch schon so viele Produkte, ich habe alles ausprobiert, das klappt sowieso nicht. Ich für mein Ding muss sagen, mir sind die Skeptiker immer die Liebsten, denn die lassen sich von Fakten überzeugen und nicht von Meinungen leiten. Also creme ich und sie sehen die Ergebnisse und die sind alle restlos begeistert. Sie haben uns so wunderschöne Bilder mitgebracht. Was können Sie uns denn zu diesen Bildern erzählen? Die Bilder stammen von meinen Kundinnen, von meinen begeisterten Kundinnen, die auch immer wieder nachbestellen, die auch mittlerweile auch ihre Freundinnen und ihre Bekannten davon überzeugt haben, weil auch die Komplimente bekommen. Die sehen das nicht nur selbst im Spiegel, sondern tatsächlich wird es auch gesagt. Und dadurch kommen sie auch immer wieder. Das heißt, wir verbessern tatsächlich die Lebensqualität dieser Frauen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Biber Cellulite ist ja nicht nur eine Creme, sondern mit Biber Cellulite kann man ja wirklich das Lifestyle verändern. Was sagen Sie dazu? Da haben Sie vollkommen recht. Man muss sich so vorstellen, dass die Frauen, die leiden tatsächlich unter Cellulite, man sieht diese Dellen, einem ist es vielleicht egal, dem anderen ist es nicht egal. Und diejenigen, die eben darunter leiden, haben hervorragende Möglichkeiten mit unserer Creme, die Beine ohne Operationen, ohne Probleme, ohne unheimlich viel Geld zu investieren, tatsächlich auch glatt zu bekommen. Und selbstverständlich sind die dann auch extrem begeistert, wenn sie dann Komplimente von außen bekommen. Anna, was würden Sie sagen, was würden Sie Ihren Kunden empfehlen, wie Sie Biber Cellulite anwenden sollen? Die Anwendung von Biber Cellulite ist sehr einfach. Die Haut vorreinigen, zum Beispiel mit unserem wunderbaren Tonic. Dann auf jeden Fall zweimal am Tag die Biber Cellulite auftragen, gut einmassieren. Sie zieht sehr schnell ein. Das Ganze über 90 Tage anwenden und danach nur noch zweimal in der Woche zum Erhalten. Und dann bleibt das Ergebnis? Tatsächlich. Ja, man glaubt es einfach nicht. Man glaubt es einfach nicht. Absolut. Und es ist wirklich ein Lifestyle-Produkt, richtig? Auf jeden Fall. Das ist für jeden super geeignet, altesunabhängig, Hautfarbeunabhängig. Es ist wunderbare Möglichkeit, die Haut tatsächlich glatt, straff und vor allen Dingen auch strahlend zu bekommen. Herzlichen Dank, Anna, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gerne. Und wie Sie jetzt Ihren Vorher-Nachher-Wow-Effekt erleben können, das sehen Sie jetzt. Sagen Sie Ihrer Cellulite Bye Bye und bestellen Sie jetzt Ihr Power-Paket für den Vorher-Nachher-Wow-Effekt. Bye Bye Cellulite erhalten Sie exklusiv im Online-Shop unter www.vorher-nachher-wow.de. Klicken Sie auf In den Warenkorb. Bestimmen Sie die Anzahl. Klicken Sie auf Weiter zur Kasse. Geben Sie Ihre Adresse und die gewünschte Zahlungsart an. Und bestätigen Sie mit einem Klick auf Jetzt kaufen. Schon in wenigen Tagen erhalten Sie Bye Bye Cellulite zu sich nach Hause geliefert. Und Ihre Haut spürt die volle Kraft mit 6-fach Wirkung direkt nach dem ersten Auftragen. Bestellen Sie noch heute Bye Bye Cellulite unter www.vorher-nachher-wow.de und sagen Sie Ihrer Cellulite einfach Bye Bye. Nun wissen Sie alles über Bye Bye Cellulite. Jetzt möchten Sie Ihren eigenen Vorher-Nachher-Wow-Effekt erleben? Bestellen Sie jetzt hier Ihre eigene Bye Bye Cellulite und erfahren Sie was passiert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder.